Hallo Freunde und willkommen zurück zu Slime Ranger. Ich habe eine kleine Pause gemacht, ich habe keine Ahnung mehr was ich machen wollte. Hätte vielleicht mal nachgucken sollen. Aber erstmal hier wieder Minzmangos einsammeln. Meine Erkältung ist fast weg. Ich habe jetzt nur noch einen kleinen Schnuppen. Wie heißt das? Ach nein. Sie sehen auch ganz unnötig aus. Ach hier habt ihr. Wo haben wir das hier rein? Ich hoffe bei euch ist alles gut. Was wollte ich denn nochmal machen? Was wollte ich denn nochmal machen? Am Labor arbeiten? Und einen Schlüssel suchen glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Wir wollten eine Vielzahl an Slimes uns besorgen. Hier hatte ich ein paar Red Slimes. Da. Und es ist so sonnig, dass ich kaum was sehe. Das ist furchtbar. Ich habe schon ein Handtuch über dem Fenster. Wie. Guckt aber nicht so glücklich. Aber es bringt noch nicht so super viel muss ich sagen. So. Hier sind wir dann. Weiter. Okay. Weiter. Ähm. Ja. Wir haben genau. Wir haben noch diesen Steinslago den wir füttern können. Was fressen denn Steine nochmal? Slime. 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 Herzrüben. Also Gemüse. Na dann holen wir uns doch mal ein paar Karotten. Und hier Hühner. Boah. Sind wir denn noch zwei? Dann müssen wir mal da drüben gucken. So. Hier. Geld haben wir auch noch. 2000. Wie schlecht. Herzrüben. Bühne. Äh. Ach. Hier sind noch gar nicht richtig fertig. Negal. Da ist noch. Äh. Wird immer noch angepflanzt? Okay. Äh. Wir können auch noch ein bisschen was essen. Denn wir sind ja genug Herz. Herzrüben. Genug Möhren. Wie sieht's denn mit euch aus Jungs? Wollt ihr ein bisschen mehr was haben? Bam 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 bam. Dann geht das direkt ab. Gut. Ja. Heute nehm ich noch ein paar andere Sachen auf. Das ist Obst. Das ist kein Gemüse. Das wollen ich. Damit ihr auch ein bisschen was. Hier sind auch noch so wenige. Äh. Die wollen nicht so wirklich viel. Abwerfen. Ähm. Aber wer haben wir denn da? Weil ich mir gedacht hab. Ich will ne größere Auswahl haben. Von. So. Let's Plays die man sich bei mir angucken kann. Das bedeutet gleich. Jetzt wird erstmal Slime Rancher. Weil ich keine Slime Rancher Folgen mehr habe. Was ein bisschen ärgerlich ist. Und dann geht's. Aha. Mal gucken was. Ich hab so ein zwei Ideen. Erstmal noch gucken ob wir noch irgendwie was aktualisieren können. Aktualisieren. Kaufen. Verbessern. Und. Ja. 250. Bam. So. Weiter geht's. Ein Huhn. Was machen wir damit? Hier. Hunger. Und. 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 Das Huhn aber gut. Äh. Das Huhn aber gut hat. Äh. Guck mal nicht lang. Ne. Möhren. Und einen Pink Slime. Den brauche ich auch gar nicht. Es hierbleiben. Oh. Noch mehr Möhren. Und einen Pink Slime. Den brauche ich auch gar nicht. Es hierbleiben. Oh. Noch mehr Möhren. So. Aber irgendwie ist mir doch das Spiel gerade ein bisschen leiser. Könnte die Musik eigentlich ein bisschen höher machen. Oder? Musik. Musik ist ja eigentlich. Eigentlich ist die Musik ja ganz nett. Warte. Ich muss. 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 Ah. Keine Energie mehr. Hm. 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 Hier. Da vorne durch. Da. Da. So. Aufgefüllt. Ah. Die wollen mich hier wieder. Ah. Die wollen mich wieder noch hauen. So. Hier durch. Hier kommen wieder die Bösen raus. Ah. Im Dunkeln sehe ich überhaupt gar nichts. Boah. Seht ihr wie ich hier durch rushe? Richtig stark. So. Was haben wir hier? Irgendwas was ich brauche? Hm. Ja. Eine. Wer ist denn nochmal? Ok. Ok. Genau. Aber die brauchen wir jetzt gar nicht. Wenn ich endlich mal hier runtergehe. Gehe ich da runtergehe. Oh. Noch ein paar Möhr. Ist ja praktisch. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau wo der war. Ich gehe jetzt einfach mal rum und gucke ob ich den finde. So. Was ist denn hier? Ach. Oder ist er hier direkt? Da ist er ja direkt. Ha. Ach. Das war direkt das falsche. Zählt das nicht jetzt nur diese? So. Hier. Hier. Gucken was du freischaltest. Ich hoffe ein Schlüssel. Los. Hey. Das ist so unfassbar. Ne? Ah. Ok. Und es ist ein Teleporter. Ah. Au. 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 Au Aber ich habe ja die Quaderbeeren schon, aber ich könnte ja trotzdem einfach mal anbauen. Wachsen die hier unten gut? Keine Ahnung. Steht das da im Slampedia? Äh, Ressourcen, OK, OK. Info... Okay, nö, steht irgendwie nix. Ja, so. Dann machen wir hier einen Garten. Habe ich gemacht? Achso, ne, irgendwo. Die Sprinkleranlage. Jetzt habe ich gleich kein Geld mehr. So, dann schießen wir die OK OK da rein und haben das auch. Dann wäre ich dann mal dafür, wie wir... Ich sehe jetzt gerade den Ausgang nicht. Es ist einfach viel zu hell, aber hier komme ich raus. Dass wir wieder zurückgehen. Ist ja noch 13 Uhr. Wo waren wir da? Oh, hier ist der. Da oben kann man hin? Und schaffe ich das? Nein. Ich sollte besser da auf meinen linken Bildschirm gucken bei der Aufnahme, ey. Da sehe ich auf jeden Fall mehr als hier. Ist echt krass, die Sonne. So, wo muss ich hin? Da ist ein Ausgang. Was ist denn hier nochmal gewesen? Ah. Hier geht es raus. Hallo? 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 Das ist ja immer die... Au! Über die Hühnerfäste. Jetzt haben wir hier schon mal die Karotten und sowas ein. Ach, da oben schon? Damit ich die habe, falls ich noch in so einem Lago finde. Weil jetzt habe ich ja nur ein Portal freigeschaltet. Ich brauche aber nur einen Schlüssel. Weil hier gibt es ja noch ein Tor. Boah. Oh, Mist. Doch, der pink blau. Der kann ja weg. Hier kann man sich direkt die Cogokutte... Einzelneggern. Was war hier drin? Hallo? Da sind ganz viele Böse. Aber hier oben ist nix wie es aussieht. Oder? Was ist denn hier drin? Ah, ok, hier sind die Kristallfurzis. Die brauche ich ja jetzt nicht. Deswegen überhaupt nichts. Nein, ich gehe in die falsche Richtung. Da lang. Muss echt auf meinem Aufnahmewildschirm gucken. So. Dann hier rüber. Ganz viele Hühlen. Da hinten ist wieder der Totenkopf. War ich da schon? Ich bin mir jetzt gerade in Richtung. Ja, ich glaube, ich war da schon mal. Aber ich weiß ja nicht mehr, was da ist. Hier ist... Was ist hier oben? Ja, ja, ja. Hier ist nix. Oh, oh, was bist du hin? Hier ist ja noch einer. Guck mal, wie süß er guckt. Aber ich habe so wenig Sachen mit. Wenn er die Sachen liebt, platzt er dann schneller? Oder gibt er dann was cooleres? Noch eine Herzrüge. Die willst du nicht, ne? Mist. Okay. Wie komme ich hier nochmal hin? Hier rüber? Hier lang? Und hier lang? Okay. Haben wir schon mal den gefunden? Hier sind die ganzen einfach sieben, ne? Ja. Ah, ich werde bestrahlt. Hier ist nix, ist gut. Gucken wir mal hier nochmal. Ich brauche jetzt Utensilien, um den zu puttern. Überall Hühner. Wenn man Hühner braucht, ne? Dann sitzen die da. Hühner. Hühner ist okay. Zwei Sachen haben wir schon mal. Mehr? Ne, die sind ja alle vergammelt. Ist ja keiner. Hier. Ganz rüber. Meine Wesen sind. Schön, dass ihr hier alle rauskommt, was hier drin. Nonno, Oka, Oka und Huhn. Au. Au. Was ist hier los? Ah, hier ist auch einer. Was willst du haben? Gemüse. Warum wollt ihr alle Gemüse haben? Hab nix mehr. Verdammt. Aber direkt zwei noch. Vielleicht sind da zwei Schlüssel. Geil. Okay, okay. Hier, hier. Wie bin ich denn hier hingekommen? In der Hölle bin ich? Ich hab schon wieder vergessen, wie ich zu dem anderen gekommen bin. Und es wird auch noch dunkel. Wenn dunkel ist, hab ich verloren. Da seh ich gar nix mehr. Ah. Okay. Jetzt bin ich hier oben, wo ich gerade hochfliegen wollte. Kann ich ja das nächste Mal einfach hier. Zack. Ah, das ist praktisch. Okay. Okay, ich weiß Bescheid. Zack. Hier rein. Und dann. Sag ich doch mal. Haben wir wieder Missionen für die nächste Runde? Zack. Sprung. Sprung. Ja. Wie sieht's hier aus? Ist was runtergefallen? Die Quaderbeeren hier. Ich glaube, dass da Essen ist voll da drin. Ja. Das sehe ich doch mal. Für eine gute Ernte an. Zack, 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 zack. 47. Hier holen wir mal 20 raus. Und den Rest packen wir gleich in den Dingens da rein. Jetzt brauchen wir erstmal noch ein bisschen Geld. Wir haben ja nix mehr. Hier rum. Hier da. Oh, es ist dunkel. So, aber als erstes legen wir uns ins Bett. Und ich bedanke mich für's Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Leider ist dieses Video schon zu Ende. Doch hier sind noch ein paar andere Videos, die dich interessieren könnten. Und falls du Lust hast, kannst du mich natürlich auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Malcolm.